. Für den Jungen? Für den Jungen ist halt nicht gröslich. Was habe ich für einen Jungen? Kriegen? Was? Dass der Vater dich aus der Schule genommen hat, das hat mir nie gefallen und der Mutter auch nicht. Für uns ist es eben normal, dass wir kehren. Aber ob es für einen Bub normal ist, dass er nie gehört? Woh, woh. Schau, er ist der. So. Brot hat er gestohlen. So. Der wird jetzt seinen Lapp nicht mehr schlachtgrissen. Los los! Der kommt mir nicht mehr ins Haus. Der Gottloze Satan. Der Gottloze Satan. Der Gottloze Satan. Der Gottloze Satan. Der Gottloze Austan. Die Science der Tattoo in Tränen, doch währenddude, mir den geworden ist. Die Technische Technikale Vielen Dank.